Für mehr Lebensqualität, Villa Gaza, euer Vermachter von Wohneigentum, mein Name ist Markus Gerber. Einfamilie aus sechs Albenzimmer, drei Garagen, drei Parkplätze, unverbaubare Lage mit See- und Bergsicht. Besonderheit ist, die Liegenschaft wird komplett neu umgebaut und dieser Umbau ist bereits im Verkaufspreis eingerechnet. Ihr habt zwei Möglichkeiten, dass ihr heute das Objekt Schlüsselfettung renoviert übernehmen oder im heutigen Zustand. Für Fragen oder eine Besichtigung stehen wir gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017